Musik Für Millionen Heizungen gilt, wer jetzt modernisiert, bekommt Geld vom Staat. 0800 020 30 00 Jetzt kostenlos beraten lassen. Denn Klimaschutz lohnt sich. Buderos Heizsysteme mit Zukunft Nun ist es offiziell, dass DOC und Remscheid, das ist Geschichte. Darüber wollen wir heute reden mit unserem Oberbürgermeister Burkhard Mastweis. Burkhard, du hast letzte Woche ja eines der Optionen skizziert, dass das DOC vielleicht nie gebaut werden wird in Remscheid. Jetzt ist Realität. Wie waren gestern die Gespräche mit Arthur Glenn? Die waren in der Sache sehr ernsthaft, im Stil aber sehr wertschätzend gegenseitig. Relativ klare Entscheidung. Wir haben festgestellt, weder die Stadt noch MacArthur sind bereitwillens und in der Lage, wie auch aus juristischen Gründen nicht, noch mal 5 Millionen Euro etwa in das Projekt hinein zu finanzieren und eine Dauer von sieben Jahren noch mal maximal zu ertragen, wenn geklagt wird. Wir haben uns in die Augen geschaut und haben gesagt, das hat keinen Sinn. Es ist eine riesige Chance, die vertan wird. Aber es ist, wir müssen so entscheiden. Du sagst eine riesige Chance vertan. Wie schwierig ist das? Weil das war ja eines der Projekte, Remscheid, ja, des letzten Jahrzehnts, ja, der letzten 10, 12, 15 Jahre. Also ich darf gar nicht darüber nachdenken, wie viel Zeit, wie viele x Stunden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier dieses Hauses dafür mit aufgebracht haben. Großen Respekt vor denjenigen, die im Rat sitzen und in der Bezirksvertretung, manche auch ganz schwierige Diskussionen ausgehalten haben. Aber man muss am Ende feststellen, wir haben nicht die rechtliche Grundlage. Ein neues Verfahren ist zu aufwendig. 1.000 Arbeitsplätze, 170 Millionen Direktinvestitionen, Aufträge für Handwerk und Dienstleistungen, Aufträge für Gastronomie und Hotellerie. All das ist jetzt verloren gegangen, weil Leute, wenige Leute geglaubt haben, es wäre besser, gegen dieses Projekt zu klagen. Das DÖZ ist Geschichte, das Areal ist aber trotzdem noch da, eine Schule ist umgezogen, die Feuerwehr ist umgezogen, es gibt ein marodes Stadion, es ist eine gewisse Infrastruktur geschaffen worden, drumherum Rader Ringstraße unter anderem. Was will die Stadt Remscheid jetzt ausarbeiten für Lennep und auch für Remscheid? Also klar ist, es muss etwas sehr Hochwertiges dort entstehen. Es geht jetzt nicht darum, Flächen zu verschleudern, durch massive Bebauung oder durch großen lokalen Einzelhandel, das wäre wirklich eine Sünde. Lennep hat es verdient, dass wir das jetzt in Ruhe, aber zügig entwickeln, dass es dort eine Nutzung gibt, die attraktiv ist für Lennep, attraktiv ist für unsere Stadt und auch Strahlkraft hat. Ich habe mit Einzelnen schon in den letzten Stunden darüber gesprochen und alle haben gesagt, ja, es muss beides geschehen. Es muss relativ zügig geschehen, aber es darf jetzt auch nicht übertrieben schnell gemacht werden. Man muss die Ruhe haben, dass Politik, Bezirksvertretung, Rat, aber auch Bürgerschaft in Lennep sich dazu äußern kann. Geeignete Formen der Beteiligung werden wir auch dazu definieren. Wir wollen schauen, dass wir dort eine Entwicklung vorantreiben, die Lennep bereichert und nicht die Lennep jetzt aussehen lässt, als hätten wir nur die Sorge gehabt, die Grundstücke loszuwerden. Dass wir es machen müssen, dazu stehen wir in der Verantwortung schon aus wirtschaftlichen Gründen. Das ist also die aktuelle Lage, die Situation, es muss etwas entwickelt werden. Es gibt unterschiedliche Themen. Fangen wir mal mit dem Thema Sport an. Wie sieht da die Situation aus, weil es ja unter anderem ja auf diesem Gelände ein Stadion gibt? Wir haben ja eine Sportentwicklungsplanung gemacht und haben die diskutiert und es ist Konsens in Politik, mit allen Lenneper Sportvereinen, mit den einen Nutzer der Stadions, mit den Schulen, dass die Zukunft des Sportes in Lennep vor allen Dingen im Hackenberg sind und für den FC Remscheid, um den es dann ganz konkret geht, der ja nun fast ausschließlich den Jahnplatz in Lüttringhausen nutzt, wir die Option schaffen, dass er in Rheinshagen auch höherwertige, höherklassige Spiele bestreiten kann. Dazu werden wir dort, nachdem wir schon über drei Millionen dort investiert haben, weiteres Geld in die Hand nehmen. Dazu sind wir auch bereit, um dort eine moderne Sportstätte zu machen. Was mit den einzelnen jetzigen Bausteinen ist, werden wir in Ruhe schauen in dieser weiteren Planung. Ich weiß, es wird den einen oder anderen geben, mein Stadion, meinen Kämmerplatz, meinen Jahnplatz, meine Schule, meine Feuerwehr. Nur an Dingen festzuklammern, die nicht mehr zukunftsorientiert sind, ist schwierig. Wir müssen einen Weg finden, dass alles Wünsche, die da sind, nach Infrastruktur, und dazu bin ich ja bereit, die zu entwickeln, aber auch zeitgemäße oder zukunftsorientierte Infrastruktur, das alles unter den Hut zu kriegen. Das ist die Herausforderung. Aber wir sind schon dran. Ich habe bewusst bis zum Urteil in Leipzig gesagt, wir machen keinen Plan B. Plan B klingt nach 2. Liga. Und an 2. Liga bin ich nicht interessiert. Zweitklassig, das ist nicht das, was wir haben wollen wollen, was etwas haben, was Lennet nach vorne bringt und nicht etwas, was Verschleudern von Flächen bedeutet. Also eine erstklassige Lösung und nochmal explizit, du hast gerade den Jahnplatz und auch den Kirmesplatz benannt. Also das heißt, dass die sogenannten Brauchstumsfeste an der Robert-Schumacher-Straße verbleiben werden. Wir haben Infrastrukturen geschaffen, die als Ersatz für die vom DOC beanspruchten Flächen dienen sollten. und es auch schon getan haben. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sagt, es wäre schön, wenn. Ja, beim Kirmesplatz ist die Infrastruktur schon gar nicht mehr vorhanden, die damals erforderlich war. Das überlasse ich der weiteren Diskussion. Nur meine Position ist klar, es muss ein Gesamtkonzept her, das wirklich für den Stadtteil spannend ist und nicht nur ein Klammern an dem, was mal früher gewesen ist. Das ist nicht Zukunft. Burkhard, vielen lieben Dank für dieses Interview. Für also das DOC in Remscheid ist seit gestern leider endgültig Geschichte.